In letzter Zeit kriege ich ziemlich oft mit, dass Leute vor ihren Streaming-Services sitzen und einfach nicht wissen, was sie schauen sollen. In meinem neuen Format VOD-Tipp möchte ich euch daher immer wieder spannende Filme und Serien auf Netflix, Amazon Prime oder auch Disney Plus vorstellen. Heute geht es um den berühmt-berüchtigten Film Der goldene Handschuh. Als Hamburgerin musste ich mich einfach mit diesem Drama beschäftigen. Bevor wir starten, eine Inhaltswarnung. Ich werde zwar nichts davon zeigen, wir werden reden über Mord, Gewalt, sexuelle Übergriffe. Am 17. Juli 1975 brach in einem Haus in Hamburg-Ottensen ein Feuer aus. Während die Feuermänner versuchten, den Brand zu löschen, fanden sie zufällig etwas, womit niemand hätte rechnen können. Versteckt in einem kleinen Wandfach in einer Wohnung lag aufgetürmt ein großer, vergammelter Haufen von zerstückelten Leichenteilen. Wie sie später herausstellte, handelte es sich dabei um vier Frauen, die von einem Mann namens Fritz Honka ermordet und in seiner Wohnung verstaut wurden. Bereits zwei Monate zuvor wurde Honka bei Gericht registriert und zu einer Geldstrafe von 4.500 DM verurteilt, nachdem er fast eine Frau vergewaltigt hatte. Um diesen Mörder geht es in Fatih Akins Drama Der goldene Handschuh von 2019. Immer wenn ich irgendwas über der goldene Handschuh gehört habe, beschrieben die Leute den Film als unheimlich verstörend, er habe ganz schlimme, eklige Szenen und so weiter. Das stimmt auch auf jeden Fall. Ich möchte euch den Film dennoch empfehlen, den es jetzt auf Netflix zu sehen gibt, weil ich finde, dass er wirklich eine sehr, sehr dichte Atmosphäre hat und auch tatsächlich einiges zu sagen hat. Ein Film über einen Mörder zu machen, gestaltet sich nicht immer ganz leicht. Man will einerseits natürlich auch alle Facetten dieser Person zeigen, andererseits will man sie natürlich auf gar keinen Fall in irgendeinem positiven Licht oder sowas darstellen oder dass man gar Mitleid mit der Person bekommt. Der Film startet also direkt mit einem Mord von Honka. Wir sehen, wie er brutal eine Frauenleiche zerstückelt und versucht wegzuschmeißen. Und generell stellt man fest, dass der Film sich nicht viel Zeit lässt. Es kommt schnell zu vielen anderen Morden und interessant ist dabei vor allem das Milieu, in dem sich Honka befindet. Als abgestützter Alkoholiker, der auch noch einen Unfall hatte, was ihm das Gesicht entstellt hat, der keine Freunde, keine Familie hat, hängt er die meiste Zeit im goldenen Handschuh ab. Es ist eine sehr typische alte Kneipe auf dem Hamburger Kiez und tatsächlich die Leute, wie sie in dem Film gezeigt werden, die kann man so in diesen Kneipen wirklich jederzeit finden. Es gibt natürlich auch den berühmten Elbschlosskeller, da gibt es zum Beispiel auch interessante Dokumentationen drüber. Es sind also sehr viele gestrandete, teils sehr fertige Menschen, sehr viel Alkohol spielt da auch eine Rolle, was es natürlich für mich als Hamburgerin noch interessanter gemacht hat, weil man wirklich weiß, dass das jetzt alles sehr authentisch ist, was man da im Film zu sehen bekommt. Diese Leute in der goldene Handschuh kennenzulernen und wirklich zu spüren, in was für einem Umfeld sie sich befinden, wie es ihnen vielleicht geht und wonach sie suchen, was sie gerne hätten, das war für mich so der erste Punkt in der goldene Handschuh, der mir richtig gut gefallen hat, den ich richtig interessant fand. Und das wird vor allem auch durch die sehr authentischen Sets rübergebracht. Natürlich haben wir einmal die Kneipe der goldene Handschuh, die es nun mal wirklich in Hamburg gibt, aber dann vor allem auch Honkas Wohnung. Die haben sie wirklich eins zu eins nach Vorbild des echten Honkas nachgebaut, davon haben wir ja im Einstieg erfahren. Und dieser ganze Schmutz und diese ganze Traurigkeit seines Lebens kam für mich als Zuschauerin wirklich sehr, sehr intensiv rüber. Man merkt auf jeden Fall schnell, dass ein erstes Leitthema des Films ist, dass Leute nach Nähe suchen, nach Freundschaft, nach Beziehung, Sexualität, Zärtlichkeit. Und da fällt natürlich sehr schnell auf, dass Honka verzweifelt in dieser Kneipe sitzt im goldenen Handschuh und wirklich jeder Frau versucht, etwas auszugeben. Auch seine Freunde in der Kneipe scheinen nicht wirkliche Freunde zu sein. Es gibt zum Beispiel eine andere Stelle, wo er sagt, dass er mit dem Saufen aufhört, wo der Freund ihm auch nur sagt, ja, kannst ja erstmal nur Bier trinken. Also man merkt, das sind alles sehr, sehr oberflächliche Beziehungen. Und das gipfelt natürlich auch darin, dass er einfach keine sexuelle Partnerin findet, was ihm ganz offensichtlich sehr wichtig ist. Wir erinnern uns, er hat sein ganzes Zimmer mit Nacktpostern vollgepflastert, quasi fast als Tapete. Und selbst in dieser Kneipe, wo sehr viele Frauen sind, die nicht mehr dem traditionellen Schönheitsideal entsprechen, die ziemlich alt sind, die etwas abgestürzt wirken, selbst da schafft er es nicht, einer Frau ein Getränk auszugeben. Selbst da, in diesem einzigen Milieu, was er hat, ist er ein Niemand. Letztendlich sagt endlich eine ältere Prostituierte ja, die kein Geld hat und die quasi alles tun würde für ein Getränk und es deswegen annimmt und auch mit zu Honka kommt. Und zu diesen Situationen kommt es in dieser Art immer wieder. Man muss halt immer im Hinterkopf behalten, dass das für viele Frauen in dem Moment die einzige Möglichkeit ist, irgendwo schlafen zu können. Und natürlich sind die Momente, wo diese Frauen dann in Honkas Wohnung kommen, die schwierigsten des Films, die Momente, die am schwierigsten zu ertragen sind. Oft startet alles relativ harmlos, sie fangen einfach an, etwas zu trinken, versuchen teilweise auch einfach nur rumzumachen, Sex zu haben, aber irgendwie eskaliert es immer auf widerwärtigste Weise. Es wird zum Beispiel auch klar, dass Honka Potenzprobleme hat, wo die Frauen sich dann teilweise einfach nur drüber lustig machen oder sowas sagen wie, wir schaffen das schon, wo er natürlich komplett ausrastet. Und am Ende werden alle Frauen niedergeprügelt und er ermordet alle Frauen am Ende. Und ja, natürlich sind diese Momente sehr brutal, sehr, sehr unangenehm, sehr schwierig auszuhalten für manche Menschen. Andererseits haben sie auch sehr viel Interessantes, denn vor allem hier wird natürlich das zweite Leitthema des Films auf die Spitze getrieben. Es geht ganz klar um Macht und Erniedrigung. In dem Moment, als Honka es schafft, eine Frau oder sogar teils mehrere Frauen in seine Wohnung zu schaffen, hat er zum ersten Mal wirklich was geleistet. Er will unbedingt Sex, er will unbedingt vielleicht sogar eine Beziehung, wir wissen es nicht genau. Aber in dem Moment hat er endlich mal etwas geschafft. Er hat das begehrte Objekt in seine Wohnung geschaffen. Und nachdem die Frauen ihn teilweise erniedrigen wollen oder er frustriert ist wegen was anderem, kann er dadurch, dass er ihnen Gewalt antut und sie später sogar ermordet, zum ersten Mal Macht und Superiorität spüren. Er ist zum ersten Mal nicht der Loser, er hat was geschafft. Er hat die Person, die ihm geschadet hat, quasi ausgelöscht. Honka ist als Mörder im Vergleich zu anderen Filmen über bekannte Mörder so interessant, weil seine Schwäche auch immer wieder so stark im Vordergrund steht. Zu keiner Zeit ist er irgendwie das planende Genie, was sich irgendwelche Pläne ausmalt. So schafft er es nicht mal, die Leichen vernünftig zu entsorgen. Deswegen kommt er auf die Idee, die Frauen jedes Mal nach dem Mord zu zerstückeln und in einem Paneel in seiner Wand zu verstecken und dort die Leichenteile zu stapeln. Und weil das natürlich irgendwann ziemlich stark stinkt, hat er überall so Duftbäumchen aufgehangen. Und das Ganze verwest da in seiner Wand, sodass sich irgendwann natürlich jede Menge Maden bilden, die sich sogar durch die Decke fressen und bei den Nachbarn unten drunter landen. So kommt es dann übrigens auch zum Brand, den ich im Einstieg des Films beschrieben habe. Die Leute unten drunter waren gerade am Kochen, dann kommen die Maden durch die Decke und sie lassen einfach alles auf dem Herd, rennen raus und die Wohnung brennt. Wenn dieser Brand nicht gewesen wäre, wer weiß, wie lange Honka hätte weitermachen können. Und das ist auch ein weiterer interessanter Punkt. Man hat das Gefühl, dass dieses Milieu einfach für sich steht, dass niemand sich für diese Gruppierung von Menschen auf dieser Reeperbahn, auf diesem Kiez interessiert. Honka kriegt manchmal sogar Besuch von einem Freund aus der Kneipe, der sich zwar wundert, dass es in der Wohnung stinkt, aber sich keine wirklichen Gedanken macht. Und wir wissen ja auch zum Beispiel, dass bei dem echten Honka die Anklage wegen Vergewaltigung einfach fallen gelassen wurde. Und wie es halt so ist, konnte er einfach seine Sachen erledigen, ohne dass irgendjemand dahinter gekommen ist. Aber das Thema Macht spiegelt sich nicht nur in Honkers Taten und Gedanken wider. Natürlich auch bei den Besuchern der Kneipe. Zum Beispiel gibt es diesen einen Mann, der diese Brille trägt mit nur einem Glas, der einfach den jungen Typ, der da in die Bar kommt, in der Toilette anpinkelt. Was natürlich auch so eine typische Ich-bin-mehr-wert-als-du-Geste ist. Auf sehr primitive Art und Weise. Und natürlich nicht zu vergessen die ganzen Frauen. Und das fand ich auch sehr interessant, wie quasi immer wieder gezeigt wird, dass sie, obwohl sie in dieser sehr abgestürzten Phase ihres Lebens sind, als kompletter Außenseiter der Gesellschaft, gerade als Frau und Prostituierte, visuell nicht mehr ansprechend für die meisten, dennoch alles versuchen, irgendwie ihr Gesicht zu warnen. Und das ist eine weitere Facette, die ich an der Goldene Handschuh sehr interessant fand, wie wirklich auch das Schicksal dieser Frauen gezeigt wird. Eine fängt ja an, so bei Honka einzuziehen und für ihn zu kochen und so weiter, hatte ich ja gerade schon gesagt, wird dann aber von einer Frau von der Heilsarmee gerettet. Und man hat da die Hoffnung, dass sie was aus ihrem Leben so ein bisschen machen kann. Oder es gibt natürlich auch die Szene, wo Honka versucht, sich an einer Frau zu vergreifen und sie ihm dann einfach Senf auf den Penis schmiert, um ihm quasi so ein bisschen was anzutun, um sich zu rächen. Oder wir sehen auch zahlreiche Frauen, die sich wehren oder ihn auch schon in der Kneipe ablehnen und sagen, nee, mit dir gehe ich ganz bestimmt nicht mit. Also es wurde wirklich versucht, das alles möglichst facettenreich zu zeigen. Und bei mir ist auf jeden Fall auch nochmal sehr deutlich diese Botschaft rübergekommen, dass das zwar abgestürzte Menschen sind, die aber alle irgendwelche Träume und Wünsche natürlich haben. Der Goldene Handschuh hat für mich deshalb nochmal sehr eindrucksvoll gezeigt, dass Filme über Mörder mehr sein können als nur schockierende Szenen oder abstoßende Momente. Vielmehr ist es ein Drama über das Hamburger Kiezmilieu und zeigt sehr gut, was für Wünsche und Begierden diese Menschen haben und dass die Ergreifung von Macht für viele von ihnen sehr erstrebenswert ist. Wenn ihr also glaubt, dass ihr kein Problem mit diesen doch sehr harten Themen habt, empfehle ich euch auf jeden Fall, Der Goldene Handschuh auf Netflix anzusehen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, falls ihr den Film schon gesehen habt, was ihr davon haltet. Ich bedanke mich und wir sehen uns beim nächsten Mal.